Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde. Heute wieder die 911-Sprechstunde, da wo ich eure Fragen beantworte und euch weiterhelfe und es sind sehr, sehr viele Fragen angekommen. Ich werde viele Fragen, so viel es geht, rannehmen, auch versuchen sehr, sehr viele recht schnell zu beantworten und bei ungefähr zwei, drei Fragen sehr, sehr tief gehen. Vor allem Fragen, die sehr, sehr oft gestellt wurden, wie in diesem Fall, es geht heute viel um Monitore, weil es gibt nicht nur aktuell einen sehr, sehr guten Monitor zu gewinnen, sondern es gibt natürlich auch da draußen Patienten, die sagen, hey, yo, Doc, gibt es auch günstigere Monitore, wo ich vielleicht trotzdem 120 Hertz bzw. FPS haben kann, vielleicht nicht mehr als 300 Euro kostet und da gehe ich heute rein. So, der erste Anruf. 911, euer Doc. Uh, Jonas, ich grüße dich. Was mein größter Fehlkauf war? Hm, okay. Also, man trifft hin und wieder sicherlich falsche Entscheidungen oder Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder Entscheidungen aus dem Hype heraus oder Entscheidungen heraus, weil es vielleicht irgendein oder andere YouTuber, Influencer, Zeitschrift, Blog, Schreiber, Journalist veröffentlicht hat und man hat dann eine Entscheidung getroffen und dann hat sich es rausgestellt. Hm, 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 naja, ja, hm. Und bei mir war es ähnlich, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr habe ich mir ein iPad gekauft und sehr viel Geld habe ich bezahlt. Echt, echt sehr viel Geld. Und sagen wir es mal so, ich nutze es täglich, ja, aber für die Leistung und für den Preis, wo das Ding letztendlich gekostet hat und für die Power, die das Ding hat, kann ich es nicht komplett ausreizen, weil hier leider das Betriebssystem von Apple einfach als Tablet dient und nicht als Laptop-Ersatz. Ja, und deswegen kann man halt viele Programme, die man mit der Leistung nutzen könnte, immer noch nicht nutzen und daher viel Geld ausgegeben. Ja, das war aktuell so rückblickend die letzten 24 Monate mein größter Fehlkauf. Würde ich heute, wenn ich die Entscheidung nochmal treffen würde, nicht nochmal machen? 911, hey Dario, wenn das Model Y aus Berlin, also das produzierte Model Y aus Berlin erscheinen soll, ob ich es mir kaufe? Für die, die ja wissen, ich fahre ja nicht mehr zur Tankstelle und auch die Spritpreise belasten mich nicht. Also ich komme trotzdem mit 15 Euro ungefähr immer noch 400 Kilometer weit, wenn ich vollgetankt habe. Daher bin ich umso mehr zufrieden, die Entscheidung getroffen zu haben, letztes Jahr umgestiegen zu sein. Nein, aber ich werde nicht, also Stand heute, ich weiß nicht, wie es in 12 Monaten ausschaut, Stand heute werde ich nicht den Tesla weghauen, verkaufen und mir dann das Geld holen und dann nochmal einen Zuschuss holen, wie doch jetzt so viele machen und sich da nebenbei Geld verdienen, mit dem Tesla käufen, verkäufen oder mit anderen E-Autos. Ne, werde ich nicht machen. Mein Ziel ist es definitiv, den Tesla jetzt zu behalten, die nächsten Jahre, für euch weiterhin die Videos zu drehen und weiterhin zu testen und auszuprobieren. Da, wo ich mir eine Entscheidung treffen könnte, wäre eventuell, wenn die neueste Version mit den neuesten Akkus kommt, dann vielleicht einen Change zu machen und dann ist die Frage, soll es dann der Y sein oder dann doch ein Model S Plate oder so in die Richtung. Müssen wir mal gucken, also ich weiß es nicht, ich habe ein zu zwei Gedankengänge, aber Stand heute werde ich mir kein neues holen, sobald in Berlin es über das Band läuft. 911, ja hi, aber ob ich einen 4K Monitor mit 60 FPS empfehle? Warte mal, da gibt es auch ein paar andere Fragen im Bereich vom Monitor. Packen wir mal die Fragen zusammen. Welcher ist der beste Monitor unter 300 Euro? Welcher Fernseher ist der beste für deine Konsolen? Also es ist ein Monitor und ein Fernseherthema und da gehen wir jetzt ganz tief rein. So, beantworten wir mal das Fernseherthema, bevor wir zum Monitor gehen. Welcher Fernseher ist der beste? Heute, die Top-Fernseher für den neuesten Konsolenstand. Heute sind aktuell die LG-Fernseher, weil die alle Supporten im Gaming-Modus haben und du einfach alles abrufen kannst. Die sind die besten. Warum? Sony, hammergeile Fernseher. Aber Sony liefert weder ein Update aktuell auf die PlayStation 5, ALM, VRR, auch nicht auf die Fernseher. Also stehen wir gerade da und können nicht alles nutzen. Von daher springt gerade LG auf Platz 1. Aber wie gesagt, LG, hammergeile Geschichte. Sony, hammergeile Fernseher. Das sind so die Top-Fernseher. Aber, jetzt kommt es darauf an, Größe macht oft den Preisunterschied, Qualität. Ein OLED-Fernseher kostet mehr als zum Beispiel ein LED, Mini-LED, Nano-Dot, QNED, wie die nicht alle heißen. Und da musst du dich mal reinarbeiten. Da gibt es verschiedene Fernseher. Die einen, wenn du im Wohnzimmer sitzt, die Sonne scheint, siehst du nichts. Die einen sind zu dunkel, siehst du nichts. Also es kommt wirklich ganz drauf an. Und hier musst du einfach gucken. Ich habe schon sehr, sehr viele Fernseher vorgestellt. Es gibt Fernseher mit HDMI 2.1, es gibt aber mit 2.0. Und wenn du das nicht hast, kannst du kein 4K 120 Hertz abrufen und, und, und. Und zum Schluss entscheidet dein Geldbeutel, die Größe, die Entfernung. Und brauchst du integrierte Lautsprecher, die gut sind. Oder hast du einen Receiver, Dolby, Atmos-Anlage oder nur eine Stereo oder eine 5.1 oder eine 7.1. Das sind ganz, ganz viele Fragen. Ich kann nicht pauschalisieren und sagen, das, das, das ist der Beste. Ich kann dir ungefähr sagen, pass auf, diese Marke ist aktuell extrem gut aufgestellt, denn die unterstützt, wenn du das Geld hast, alle Funktionen. Aber wenn du zu mir kommst und sagst, na, ich will einen Monitor für 300, 400 Euro, irgendwo sind da Abstriche und, äh, Monitor, Fernseher, irgendwo sind Abstriche. Und die Abstriche musst du dann durch den Preis oder durch die Leistung oder durch die Qualität oder die abgespeckten Betriebssysteme oder Hardwarekomponenten einbüßen. Und jetzt switchen wir, wenn wir eh schon das Wort Monitor hatten, in den Bereich Monitor. Und dann fragt ihr immer, welcher Monitor ist der Beste? Welcher Monitor ist der Günstigste? Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel jetzt auch gefragt, kann man den einen unter 300 Euro kaufen? Und dann im nächsten Augenblick der Beste. Was viele nicht wissen, du benötigst in erster Linie, und da muss ich jetzt ganz, ganz genau aufpassen, weil da muss man ein bisschen den einen oder anderen ein bisschen nachhelfen, um sich da in diese Thematik reinzuarbeiten. Die haben auf einer anderen Perspektive definitiv Skills und Fähigkeiten, aber im Bereich Monitor oder Fernseher, da wird zu oft alles in den Topf geworfen. Und jetzt kommt es, nochmal, darf man jetzt auch noch nicht versprechen. Also 4K, 120 Hertz, funktioniert nur mit HDMI 2.1. Diese Monitore sind extrem, extrem teuer. Full HD und 120 Hertz, funktioniert nur wegen Sony, hat nichts mit dem HDMI Durchfluss zu tun, sondern weil Sony da auch wieder eine Grenze setzt, ab 2.0. So, und jetzt kommt es. Bist du im Menü, dann hast du ein 60 Hertz Menü. Bei der Xbox ist es anders. Bist du erst im Spiel, dann schaltet er in 120 Hertz um. Aber drei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, das Spiel muss es supporten. Zweite Voraussetzung, im Spiel musst du es eingestellt haben. Dritte Voraussetzung, auf der Konsole musst du es eingestellt haben. Also jetzt erstmal zu diesem Thema, was ihr immer alle möchtet. Du brauchst keine 120 Hertz. Ja, manche sehen den Unterschied nicht, weil die sagen, okay, 60 Hertz, das reicht. Manche hören nicht mehr den Unterschied beim Biodynamic MMX 300 für 300 Euro und bei einem Kopfhörer für 20 Euro. Auch das ist völlig normal und völlig okay, weil jeder hat ein anderes Gehör, Empfinden und, und, und. Voraussetzungen, Wünsche, Ziele. Und so ist es auch beim Monitor. Guck, okay, welches Panel, das unterscheidet sich auch preislich. Ist es dir wichtig, zockst du viele Stunden, eher wenige Stunden. Wenn du viel spielst, kann passieren, dass es warm wird und, also der Monitor warm wird und die Farben sich dann auch verändern. Willst du realistische Farben, ist dir nur FPS wichtig, brauchst du das, brauchst du das nicht, Funktionen, Software und, und, und. Zum Schluss preislich riesengroße Unterschiede. Es gibt Monitore, es gibt Monitore von MSI, es gibt Monitore von Asus, es gibt Monitore von Gigabyte, es gibt von BenQ, Dell, es gibt von sehr, sehr vielen Herstellern Monitore. Zum Schluss kochen sehr, sehr viele mit einer ähnlichen Technik, haben fast alle einen ähnlichen Zulieferer, ähnliche Teile. Es sind meistens immer kleine Nuancen. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, kurz und schmerzlos. Ich verlinke dir einen Link, äh, ich verlinke dir einen Link, genau, eine Webseite, die ist ja ganz cool, die ist zwar von Asus, die habe ich gefunden für euch, rausgesucht. Da seht ihr alle kompatiblen Monitore, in diesem Fall von Asus. Die Zahlen, 120 Hertz, die Auflösungen und, 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 und da nochmal eine Erklärung, wie du das alles aktivierst und ordentlich reinstellst. Also in der Beschreibung ist der Link. Asus, ja, wenn du sagst, ja, aber ich möchte von einem anderen Hersteller, dann kannst du ja auf den Asus Monitor klicken, in die Einstellungen gehen und da dich reinlesen, was ist das für eine Ausstattung, wie sind die Panels und, und, und. Und dann kannst du da das Ganze überstellen, gegenüberstellen und gucken, ob eventuell dein Hersteller auch diesen Support unterstützt oder du fragst dann bei diesem Hersteller. Also das ist eine Hilfestellung, dass du hier für dich den passenden Monitor findest. Es gibt verschiedene. Achte auf Qualität und auf Verarbeitung. So, jetzt seid ihr dran, schreibt mir eure Fragen, egal welches Thema und wir sehen uns in der nächsten 911-Sprechstunde. Ansonsten gibt es eine coole neue Folge, wenn es hier schon um Controller geht, der M-Controller Nummer 2, da zeige ich euch, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Monitor-Thema gibt es jetzt mittlerweile, verlinke ich euch. Ja, ansonsten klickt uns um auf Videos und schaut immer die anderen Videos an. Richtig geile Sachen dabei. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc. Das ist ein Preis. Vielen Dank.